Moin und hallo und willkommen zurück zu Staxel. Ich bin hier immer noch im Fähn und Her unterwegs. Oh Mann, das zieht sich hier. Dieses hin und her und rauf und runter und rechts und links. Ich muss jetzt noch einen klasse Fußboden einziehen hier. Die Seite habe ich repariert. Jetzt muss ich auf diese Seite hier noch. Wie man sehen kann, hier ist gar nichts. Also fange ich mal gleich an. Ich hoffe, ich habe hier noch genug Material, um das zu reparieren. Ich drücke mal die falsche Taste. Ich will mal Rechtsklick drücken. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt muss ich das erstmal hier fix reparieren. Das Problem an der ganzen Geschichte ist erstmal, dass ich da nicht drin komme. Das ist schon mal schlecht. Ich muss es von unten abgerissen und es ist einfach weggebackt. Bzw. ich weiß nicht, ob es in die Wand gebackt ist. Das ist auf jeden Fall nicht gut gelaufen. Und das zum Beispiel läuft auch gerade nicht so gut. Hammer. Komm her hier. So und ich muss jetzt gucken, dass ich das irgendwie repariert kriege. Das zieht ein bisschen nach, ne? Wenn ich das hier baue, dann braucht das einen Moment, bis es sich hier aufbaut. Okay. Ah, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Komm her hier. Und es ist halt, ja, weggesprungen und ich habe es nicht wieder gefunden. Ich habe die Befürchtung, dass ich das eine Zimmer nicht komplett kriege, weil mir halt dieses blöde Sofa weggebackt ist. Das wäre ein bisschen ärgerlich, muss ich zugeben. So. Kann ich das da irgendwie ansetzen? Ne, da kommt doch da. Boah, hab ich lange Arme hier. Zack. Ne, da oben. Das wird doch ein bisschen schwieriger als gedacht, so. Ist egal. Mach es erst so zu. Und dann muss ich das da drüben gleich nochmal machen. Aber so geht es ein bisschen schneller dann. Naja, okay, das war jetzt ein bisschen verdirbt hier, muss ich zugeben. So, sag mir nicht, ich muss hier nachher noch Zimmer bauen, dann kriege ich aber die Krise. So. Ja, da komme ich so schlecht dran, ne. Muss ich mal gucken, ob ich das von unten machen kann. Ich bastle hier nochmal zu. 139 habe ich nur noch. Ach du meine Güte. Das wird doch nie mehr reichen hier. Ich krieg das Zimmer noch gar nicht fertig. Oder sind das nicht mehr so viele, nicht mehr so viele Blöcke. Das Dach ist dann auch gleich fertig. Ich hoffe, dass hier oben im Zimmer noch irgendwas ist. Wahrscheinlich ist das nur ein Ausguck. Ich sehe das schon kommen. Das lässt sich echt träge bauen, gerade hier. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Gerade ein bisschen langweilig ist mir leid, Leute. Ich versuche, dass mein Bestes ist, dass ich das hier fertig kriege. Okay, okay. Aber das ist ein bisschen Tüftelei irgendwie, weil das irgendwie so ein bisschen schwammig ist gerade, muss ich zugeben. Sieht aber sich cool aus, muss ich zugeben. Das Haus. Wenn ich sowas nachher auch hinkriege, wäre das ganz cool. So. Den wir zu, dass wir das doch... Vielleicht könnte es noch reichen hier. Wenn ich das noch fertig kriege. So. Ein schickes Dächlein hier noch drauf. Zimmern. Da fehlt noch was. Was ist hier? Naja, das ist ein Ausguck, ne? Ein Balkon. Das ist übers Dorf. Das ist ganz cool gemacht, muss ich zugeben. Ist auch kein Sofa, ne? Ne, leider nicht. Das ist ein Problem. Da fehlen aber auch noch irgendwie Geländer. Hab ich das ge... Ne, das gehört hier hin. Okay, da fehlt aber Geländer irgendwie. So. Das war zu. Andere Seite war noch nicht zu. Da fehlt noch ein klasse... Klasse Fußboden, würde ich sagen. So. Zack, zack, zack. So, jetzt noch ein bisschen tricky hier. Das kleinste Stück. Aber sieht doch schon ganz gut aus. So. Decke ist drinne. Ich denke jedes Mal hier, was zieht hier so lange? Das ist aber das, was ich in der Hand habe. Ja, das Ding ist leider weg, ne? Ich weiß nicht, wo es hin ist. Das habe ich hier weggeschlagen und dann war es plötzlich weg. Ist das nicht rausgefallen? Es liegt hier auch nirgends nur in der Ecke. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. So, hier fehlt noch ein ganzer Fußboden. Oh Mann. 50 habe ich noch. Ich hoffe, das reicht. Das wäre ärgerlich, wenn mir jetzt auch noch hier ein oder zwei Klötze noch fehlen würden. Und ich kriege das nicht fertig. So. Zack, zack, zack. Letzte Ecke. 13. Frühling. Meine Pflanzen habe ich ja schon eingepflanzt. Ich war beim Bürgermeister auch noch nicht, siehst du. Das wollte ich auch noch machen. Jetzt kümmere ich mich erst um die Feenkönigin hier. Oha. Okay. Das wäre auch erledigt. Ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Das ist ganz gut. Kann ich vielleicht noch später mitbauen. Hier ist alles abgeschlossen. Jo. Zwei Fegenglastische. Zwei Feensofas, ja. Das ist auch fertig. Tja, mir grauzt davor. Es wird nicht fertig, ne? Da fehlt immer noch der Feensessel. Der weggebackt ist. Da fehlt auch noch ein Sofa. Moment, hier fehlt ein Sessel. Hier fehlt ein Sessel. Ich habe noch einen Sessel. Einen Sessel habe ich hier noch. Bleibt also nichts übrig, ja? Einrichtungsanforderungen abgeschlossen. So. Ja, das Zimmer ist auch fertig. Das Zimmer wird nicht fertig. Das ärgert mich gerade tierisch. Da kann ich nochmal wieder in mein Inventar gucken, okay? Tja, wie mache ich denn das jetzt? Es ist nichts übrig, ne? Es muss wirklich alles hier genau, passgenau sein. Und das Sofa ist nicht mehr da. Da unten gebackt ist es auch nicht, ne? Da unten hatte ich schon geguckt gehabt. Tja, jetzt kriege ich die Aufgabe, nicht fertig, wenn mir ein Sofa fehlt. Toll. Hier liegt auch nichts mehr an. Das ist jetzt aber doof. Feenkönigin, bist du da? Hallo. Da, das ist mir nicht bewusst. Welche Zimmer sind noch übrig? Hm. Man kann Zimmer 204 kaum noch als Zimmer bezeichnen. Die frechen Feen haben in Zimmer 108 wirklich ganze Arbeitgeleise. Finde bitte heraus, was fehlt. Zimmer 108 und 104. Hallo, Oskar, was ist denn mit dir denn los? Machst du hier ein Dance? Achso, du bist am Putzen. Zimmer 108 und 104. 104 kann man nicht als Zimmer bezeichnen. Wo ist denn 104? 207. Moment, das muss unten sein, oder? Bin ich jetzt doof? 101. 104. Finde bitte heraus, was fehlt. In 104? Ähm. Was soll ich denn rausfinden? Haha. Ich weiß es gar nicht. Dachbeliebige Böcke sind fertig, Feenlampe ist fertig, Feensofa ist fertig und großer Feentisch ist auch fertig. Ähm. Hier ist ein Bett drinne und dann so eine Kommoden-Ding. Ne, warte mal, hier. Das Zimmer hier. Feenthronsaal. Rosenstachelthron ist fertig und zwei Feenlampen sind fertig, okay. Hier ist nur der Thron-Sessel sozusagen hier und das war's, okay. 106. Ist alles da. Tja. Nach dem Ding ist alles da. Na, 105. Ui, 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 ui. Ja, dieses Sofa-Ding macht mich noch kirre hier. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ähm. 104 fehlt etwa. Kann man nicht als Zimmer bezeichnen, wieso nicht? Wo ist Zimmer? 108. Hier fehlt halt das Couch-Ding, ne? Aber hier oben ist doch nichts mehr. Hier oben sind doch nur noch O. Hier sind nur noch die Balkone, ne? Da ist noch ein anderer Klotz da, okay. Das ist auch ein Balkon. Tja. 108. Wo ist denn 108? Ich weiß gar nicht, wo 108 sein soll. 204. 203. Äh. 206. Hat ziemlich viel, muss ich sagen. 207 ist auch komplett alles da, was da sein muss. Ich habe auch keine Feen-Couch übrig oder so, ne? Feen-Sessel, ein Feen-Couch-Tisch. Ja, ne, es ist da. Ja, das ärgert mich jetzt. Das eine Teil fehlt. Hier fehlt die Couch, die hier, äh, die da drüben auf der anderen Seite war. Eieieiei, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht ein paar Sachen kaufen kann. Geht nicht anders. Ich weiß nicht, wo das Ding hier hin ist. Das ist aber weggeglitscht. Hat keinen Sinn, weiter danach zu suchen. Und Raum 108. Ich habe keine Ahnung, wo 108 sein soll. Ich sehe hier keine 108. Oder ich bin blind. Das ist 104 gewesen. Das war 101 da drüben. Da müsste das hier 102... Ne, 105 war das hier. 106... Ne, 108 fehlt irgendwie komplett, habe ich das Gefühl, ne? Ist hier irgendwo ein Geheimgang oder so? Dass hier noch ein Zimmer fehlt, von dem ich nichts weiß oder so? Ähm... Da... Sind Fenster. Da sind Fenster. Das ist eine Etage höher. Aber das kann ja auch nicht sein. Hier ist auch noch was. Wie komme ich denn da hin? Muss ich da irgendwie durch die Wand brechen oder was? Fragen über Fragen. Ne, da muss ich nicht durch die Wand brechen, weil das ist nur hier so ein Sitzbereich. Okay. Tja. Und hier oben, das waren die Balkone. Aber hier geht es doch noch irgendwo weiter, oder bin ich jetzt doof? Das sieht auch nur so aus wie ein Ding. Aber das ist hier oben der ganze Bereich für die Balkone gedacht, ne? Im Dach. Das ist kein wirkliches Zimmer, das hier, sondern das ist nur ein Sitzbereich hier oben. Tja. Ich muss unten mal mal gucken. Ich hoffe, da gibt es noch was zu kaufen. Ich hoffe, das ist nicht so teuer. Weil für so einen Eventualfall hätte ich schon gerne... ...ne Sitzmöglichkeit. Habt ihr hier sowas? Ne, ne? Hallo. Wie ich... Wie es auch hieße, 6000 kostet das Ding. Hast du hier Feentisch oder sowas? Ne, ne? Ranch-Tisch, Couch-Tisch, hallo. Ne. Das ist ein Problem jetzt. Nein. Ich kriege es nicht fertig, ne? Aber hier ist so ein viktorianisches Subbett. Aber es ist verdammt teuer. Hallo. Minimalistisches Einzelbett. Ne, ich fürchte... Das gibt es doch nicht. Ich fürchte, das wird nicht fertig werden. Guck mal, da ist der Aufgang, da ist der Wartebereich, da ist der Balkon oben drauf. Aber da oben geht es noch weiter. Da kommt man nochmal nicht hin, ne? Ich würde sagen, wie es weitergeht. Sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.